Hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On Life. Heute ist ein warmer Tag und ich war gerade draußen, habe ein bisschen Bewegung gemacht, also kleinen Spaziergang und auf dem Rückweg habe ich mal einen Einkauf gemacht, den zeige ich jetzt. Ja, der Einkauf des Tages. Ich habe also heute Erdbänken gekauft, dann Tomaten, zweimal Datteln, einmal Milch, hier so eine Hafermilch, ein Haferdrink nennt sich das, und dann eine Konserve mit Erbsen, so, Erbsen, dann Bananen, Appelsinn und ein Beuteläpfel. Ja, das ist ja wieder eine ordentliche Obstmischung. Haferdrink ist neu. Habe ich bisher nicht gekauft, meistens immer Sojadrink, aber die haben keinen Sojadrink seit ein paar Wochen. Jetzt wollte ich den mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich brauche den nur für die Soße. Ja, okay, das war's von dem Einkauf und tschüss.